Hallo Liebe und willkommen im Juli 2023. Der Juli 2023 zeigt ziemlich eindeutig zwei sehr intensive energetische Felder und zwar zu Beginn des Julis, zur 1. Juliwoche und dann ab dem 20. Juli. Ja, das sind zwei sehr bedeutende, meinem Empfinden nach, sehr bedeutende Felder. Im Transpeak gegen meine Guides für den Juli hieß es, dass der Weg geebnet ist. Der Weg geebnet ist für einen nächsten großen Schritt und viele sprechen ja bereits davon, diese 5D-Realität, was das bedeutet und da gibt es Symptome und ich möchte euch mit diesem Video abermals erinnern, dass es wirklich eine wunderschöne Reise in diese neue Energie ist, die ja immer präsent ist. Nur wir nehmen sie nun wahr. Was bedeutet das in der Wahrnehmung und zwar die Physis des Menschen wird über die Sommermonate und bitte gerne auch nochmal das Juni-Video anschauen, da spreche ich auch schon über die Sommermonate. Also diese Sommermonate Juli, August sind, da betritt die Physis wirklich den Raum, dass die Physis sich bewusst wird oder dein Verstand dir bewusst macht. Die Physis ist auch Energie und nimmt wahr und zwar sehr, sehr eindeutig. Auf der einen Seite natürlich für dich selbst, auf der anderen Seite tritt die Physis des Menschen auch auf eine Art und Weise ins Zentrum, was die politische Showbühne betrifft. Also es ist Show, wenn hier Angst gemacht wird. Wir sollen uns bewusst werden, dass wir Menschen kein Opfer sind. Wir sind wirklich sehr, sehr, sehr kraftvoll. Viele Menschen heilen sich selbst und das sind nicht die auserwählten Gurus, sondern wir können das alle selbst. Und dies bedeutet aber auch, dass diese Symptome, die man teilweise in der Physis hat, dass die Seele einen schon sagt, hey, guck mal hin, was möchte da von dir jetzt endlich einmal losgelassen werden? Wir sollen uns nicht einreden lassen, dass wir das nicht selbst könnten. Und hier kommt das große Ausbrechen aus der Angststruktur. Denn diese große, ich nenne sie mal künstlich erschaffene Matrix, die uns immer Angst machen soll, das sind so Triggermomente oder Angstmomente, die aus den Medien erschaffen werden, die von der Politik erschaffen werden, die werden erschaffen, aber künstlich erschaffen, sollen bei uns Angstpunkte triggern und in diesen Angstpunkten sollen wir schwimmen, weil wenn wir in der Angst sind, dann sind wir steuerbar. Und jetzt kommt aber ein sehr großer Schritt, natürlich nicht gleich alles auf einmal und die große Masse, aber schon sehr viele, ist auch deutlich ersichtlich, dass das Ausbrechen aus der Angststruktur sehr präsent ist. Die Physis reagiert auf die alten Masken. Das sind eben diese künstlich kreierten Triggerpunkte der künstlich kreierten Matrix und diese Masken möchten gehen. Das heißt, es ist wirklich ein großes, großes Ausbrechen aus der Maskenidentität und da fängt es immer bei einem selbst an. Die Individualität des Menschen ist sehr, sehr wichtig. Es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wo du nicht in der Selbstliebe warst und da kann es sein, dass Erinnerungen hochkommen, da kann es sein, dass du es physisch spürst, dass sich etwas raus transportieren möchte aus deinem Körper und da kommt es dann auch zu Situationen, Gesprächen und Symptomen. Und ich bitte dich, dass du dir immer wieder selbst sagst, dass du dich hinsetzt mit dir und dass du dir klar machst, was da nicht mehr deins ist und wo du nicht in der Selbstliebe warst und auch spürst, dass es so dann wirklich gehen darf. Weil es kann jetzt wirklich auch rund um diesen Vollmond oder was als Vollmond betitelt wird und in dieser Energie, die da ein bisschen auch ausgesendet wird, zu diesen Tagen immer sein, dass du wirklich diese vollkommene Umstrukturierung in dir spürst, denn durch dieses Aufbrechen der Matrixstruktur kommt sehr intensive Energie zu uns. Die Liebesenergie kannst du sie gerne nennen oder DNA-Upgrades, wie auch immer du es benennst. Es ist eine vollkommene Umstrukturierung, ein vollkommen neuer Blickwinkel auf dich, wie du bist, deine Persönlichkeit, Charakter. Und gerade hier sind zu Beginn und Ende Juli wirklich eindeutig ersichtliche Felder, die unterstützend wirken. Wer hier Unterstützung braucht, wir machen natürlich am 3. Juli diese Vollmond-Heil-Session mit mir wie jedes Monat. Das heißt, rund um den Vollmond steigt die Emotionalität enorm. Also wir werden das auch im Umfeld sehr eindeutig bemerken, denn alles, was uns als Individuum verdeckt hat, was uns auferlegt wurde, was denn Individuum sein soll, was authentisch sein soll oder was der Manipulation und insbesondere auch der Selbstmanipulation gleich, das fällt ab. Und das kann manchmal ganz schön schmerzhaft sein, aber zu zerbrechen bzw. sich zerbrechlich zu zeigen, ist keine Schwäche, sondern Stärke. Und es wurde auch immer wieder gesagt, dass es sich so anfühlen könnte wie eine Prüfung, ob die Emotionalität die Kontrolle übernimmt oder das Vertrauen, dass alles wahrhaftig ist, dass alles gut ist, wie es ist. Viele Menschen werden natürlich auch in die Emotionalität einsteigen und die wird dann die Kontrolle übernehmen. Das heißt, Wutausbrüche werden keine Seltenheit sein. Allerdings, dieses Vertrauen in die Wahrhaftigkeit bedeutet auch den Sprung in die 5D-Realität. Und dass wir wirklich auch fröhlich sein dürfen, egal was geschieht. Egal welche Meilensteine für die Menschheit festgelegt wurden, damit dieses große Erwachen jetzt kommt, Schritt für Schritt, jedes Monat. Und das wird immer eindeutiger. Wir dürfen fröhlich sein. Wir werden auch geprüft werden in gewisser Hinsicht, weil es werden sowas wie Schocknachrichten oder Betitel der Schocknachrichten zu uns kommen, was die Ernährung betrifft. Und diese Klima-Lockdowns werden immer wieder anvisiert werden. Es werden aber auch Beschlüsse sein und die Menschen werden nur mal den Kopf schütteln. Und dadurch, dass die Emotionalität sehr präsent ist und Wut gut ist, um in die Mut-Energie einzutauchen, bedeutet das, dass der nächste Schub der Revolution der Menschen eingeläutet wird. Das heißt, wir werden auch revolutionäre neue Verbindungen erleben. Wir werden auch erleben, dass Menschen sich vieles nicht mehr gefallen lassen und sich zusammenschließen. Es ist auch nicht nur der Juli, sondern dieser neue Dimensionssprung bedeutet auch, dass die Partnerschaften sich vorkommen und anders zeigen werden. Im Januar gab es bereits ein Video von mir über die neuen Partnerschaften des Lichts und in diesem Trance-Speaking für den Juli kam genau diese Wortwahl wieder durch. Ende des Monats zeigt sich zwar Sprengkraft, aber es ist die Sprengkraft der Masken-Identität. Das heißt, auch Partnerschaften oder Beziehungen, wo es nur mal um die Maske ging und nicht um eine Seelenverbindung, nicht um eine gefühlte Verbindung. Denn in einer gefühlten Verbindung kann sich alles wundervoll ereignen, erlebt werden, ohne den Fokus auf irgendetwas zu legen, wie beispielsweise, ich gehe in eine Partnerschaft, um Kinder zu bekommen, und ich gehe in eine Partnerschaft, um abgesichert zu sein, ich gehe in eine Partnerschaft, um nicht einsam zu sein. Das heißt, hier spüren wir dann eindeutig einen Unterschied, wenn dies der Fall war. Die Partnerschaften des Lichts, wie sie von meinen Guides betitelt werden, sie bedeuten sehr viel. Und zwar sehr viel für diese Zeit, für diese neue Dimension, wie auch immer das du es benennst. Sie infizieren regelrecht die Liebe in anderen und öffnen auch so etwas wie Portale. Denn die Gefühle der Liebe können nicht kontrolliert und unterdrückt werden. Das ist auch nicht möglich. Das heißt, auch wenn da der Verstand außer Kraft tritt, kann das sein, dass du einfach sehr stark gefühlt gefühlt wirst. Es könnte sein, dass in dieser intensiven Energie des Geführtseins, dass das die Menschen nicht kennen und dadurch sich so fühlen, als wären sie desillusioniert, als hätten sie diesen Brain Fog, also diesen Nebel im Kopf und so weiter. Aber es ist ein Geführtsein, damit du mal den Verstand ein bisschen außer Acht lässt. Allerdings meinten meine Guides auch, wenn du sowas fühlst oder wenn das bei dir gerade präsent ist, pass ein bisschen auf beim Autofahren. Denn sie zeigt mir auch, es ist in dieser Zeit ein bisschen mehr ein Aufkommen von Autounfällen. Sie sprachen sogar von einer Karambolage, die sie mir zeigten, auch per Bild. Und womöglich kommt da auch in den Medien so etwas wie menschliches Versagen. Da geht es um einen Zug. Das nächste Thema ist Erde, die Erde selbst, die Natur und das Wetter. Und sie sprachen, sie gaben so Hinweise und zwar, wo erfolgt ein Handschlag um den anderen in politischen Systemen? Und das ist ein System. Es sind neue Zusammenschlüsse und Vereinbarungen und meinem Empfinden nach, so wie es mir gezeigt wurde, da geht es eher um diese Klimabündnisse und dieses, was da geplant werden soll, was die Wetterverhältnisse betrifft und die Menschen werden aber aufschreien, es ist nicht zu heiß. Die Erde erwacht genauso wie wir. Die Erde erwacht in einer neuen Identität wie der Mensch selbst. Und sie sprachen von vielen, vielen Feuern Anfang des Monats und sie sprachen sogar von dieser Vollmondwoche und sie sprachen auch von diesen Feuern, die ausbrechen, aber künstlich gelegt werden und ich weiß, im Juni war es auch prophezeit und es ist auch eingetreten und zwar diese Feuer und dass die Luftqualität durch diese Feuer sehr, sehr verschmutzt war. Die Menschen mussten in Kanada und den USA wieder Masken tragen und diesmal sprechen sie davon, dass diese Feuer, die wir da sahen, mehr und mehr auch in Europa stattfinden. Sie sprachen auch vom Alpenraum, von Deutschland und Russland. Und das Schöne, dass sie uns da mitgetragen haben, war, die Menschen werden diese Lügen nicht mehr glauben, dass es irgendwie durch einen Kometen ausgelöst wurde oder durch einen Unfall, menschliches Versagen. Die Menschen verstehen durch diese Ereignisse, gerade auch durch diese Feuer, dass sie in Angst gehalten werden sollen. Und dann zeigt es eine Reinigung und mit dieser Reinigung kommt viel Wasser. Eher auch Ende des Monats, natürlich haben wir immer wieder diese enormen Regenergüsse, auch im Juli, das ist ganz was Normales, aber sie zeigten mir, wir sollen erstens einmal unserem Gefühl vertrauen, was Stürme betrifft, sie zeigten mir enorm viel Regenfall und Unmengen an Wasser, nicht nur Regen, sondern Stürme an den Küsten und ich sah auch Großbritannien. Wir sollen unserem Gefühl vertrauen, die Tiere auch beobachten und wieder mehr in diese Wahrnehmung gehen, aber nicht in die Angst, sondern in die Wahrnehmung unserer Selbst und dann wissen wir einfach, was Wetter auch bedeutet, ob es manipuliert ist, ob Wetter natürlich ist, was da kommt, was da ausgesendet wird und so weiter. Da gibt es sehr viel. Geht in die Wahrnehmung. Die Power der Menschen erwacht im Juli und wird gleichermaßen Platz nehmen. Die Menschen möchten aufgrund sehr, sehr vieler Vorkommnisse nicht eingesperrt werden. Viele werden nach Frieden und Freiheit rufen. No War, habe ich gehört, gerade auch so Ende Juli und das zieht sich auch in den August hinein, wird das heißen. Und ein sehr spezielles Thema und manche von euch wissen auch, es ist ja mein, mein spezielles Thema. Ich mache nicht nur diese Energie vorschauen, sondern schreibe Bücher über die Sternenvölker und mittlerweile habe ich, ich glaube es sind 59 Sternenvölker mittlerweile und deshalb ein großes Interesse auch an den UFOs und an Alien. Und diese Alien-Sichtungen, da möchte ich nochmal kurz darauf einsteigen, weil die einen sagen wieder, das ist Projekt Bluebeam, das ist alles gefakt von der Politik, dass wir Angst haben. Die anderen Anhänger sagen, nein, das sind nur die Aliens. Und hier möchte ich ein bisschen wieder auf das Gefühl, auf dein Gefühl, auf das Energienlesen auch appellieren, dass du dich wieder einschaltest, aktivierst. Es wird insbesondere in den Sommermonaten, im Juli auch, sehr viele Berichte über UFOs geben und die Menschen möchten nun eine Antwort, auch seitens der Politik. sind wir in Gefahr? Wer sind sie? Und meine Guides zeigten mir, es sind einerseits, wird da ein bisschen Weltraumschrott bewusst runter, runtergeschmissen von Himmel, damit wir ein bisschen abgelenkt werden. Auf der anderen Seite übrigens, wenn es ein Feuerball ist und der bleibt mitten in der Luft oder über dir stehen und ändert dann die Richtung, ist es natürlich kein irgendein Weltraumschrott, sondern definitiv extraterrestrisch, ja. Das sind nicht nur Kometen und das ist nicht nur Weltraumschrott und das ist nicht nur Bluebeam. Also fühle und du wirst wissen. Und was auch eindeutig durchgegeben wurde, war, die Lieder, also die Führungen, die wir da haben oder sich selbst als Führungspersönlichkeiten betiteln, geraten in Erklärungsnot. Und viele werden das sehen, viele werden das erleben. Und der Sommer dient dafür. Also, alles was im Juli geschieht, ich appelliere an dich, an deine Freude, an deine Herzenskraft, an deine Lichtkraft. Lasst euch nicht auf dieses Spiel der Angst ein, denn die künstliche Matrix zerbricht. Ab dem 20. Juli kocht wieder die Emotionen hoch, ganz enorm. Doch die Wut ist es, die uns schickt und sendet in die Mut. Und die Vergebung ist in dieser Zeit und in Speziellen die Vergebung, uns selbst zu vergeben, wenn wir uns hinter einer Maske versteckt haben. Und ganz liebevoll mit uns umgehen. Denn es ist das Erwachen der Liebe. Und darum geht es, diese zu vollbringen. Und dieser Schritt in diese neue und eindeutige Dimension bedeutet einfach auch, dass wir entscheiden, welches Gefühl wir in und um uns wählen. Und diese Energie ausdehnen und sind und so auch alles erleben. Das heißt, ich wünsche dir, dass du für dich die Liebe wählst. Jeden Tag mit deinen Worten, mit deinen Gedanken und kreierst. Denn du bist kraftvoll. Alles Liebe. Das heißt, ich wünsche dir, dass du mit deinen Worten, mit deinen Worten, mit deinen Worten,